hallo herzlich willkommen ich bin der samtex wookie und ich spiele co the ghost und nur ein paar lustige mitschnitte die camper die zwei tollen sitzen an der stelle und merken es nicht und noch eins ein maniac da ist er hilft auf hardcore nicht wirklich vielleicht eine andere ein anderes extra wählen also ein maniac außer sei du kriegst das durch abwurfkisten aber für ein maniac auf hardcore hat wirklich nichts zum fast nicht zu suchen und ja auf dieser karte eine cam schaut es euch an wenn mein kollege eine cam hat dann gehe ich doch nicht raus dann warte ich im haus nein was haben sie zu tun rennen alle raus schreien rum ich bin der beste und ich sterbe die ganze zeit activision also ich hoffe das neue das neue cod ist besser da steckt voller fehler aber es gibt doch noch tolle sachen die cam of the fog hier mit der axt der holzfäller unterwegs das ist eine der besten cams überhaupt finde ich leider kriege ich sie viel viel zu kurz spiele es gleich aus ja aber die macht richtig spaß du kannst überall durchlaufen claymores machen denn nichts ladungen machen dir nichts gar nichts weglaufen können sie nicht der ist noch besser wie der maniac ja hier axt ins kreuz ja leider wie gesagt steckt das spiel noch voller fehler jetzt geht es dann gott sei dank dem ende zu ich werde zwar trotzdem weiter spielen aber naja das neue wird besser ich wünsche euch noch viel spaß gruß euer wuking